herzlich willkommen zu meinem erklärvideo aus der reihe geschichte kurz und einfach erklärt heute geht es um das kapitel erste wichtige ereignisse und jahreszahlen beim thema historische quellen darstellungen der vergangenheit wie immer findest du in der video beschreibung hinweise wo du den text beziehungsweise das skriptum zum video und übungsmaterialien finden kannst dadurch das video anhalten neu starten oder zurückspielen kannst wirst du ganz nach deinem eigenen tempo die inhalte sicher gut verstehen die epochen der geschichte die epoche der urgeschichte dauerte von den ersten menschen bis circa 3000 vor christus die epoche des altertums dauerte von circa 3000 vor christus bis circa 500 nach christus die epoche des mittelalters dauerte von circa 500 nach christus bis circa 1500 nach christus die epoche der neuzeit dauerte von circa 1500 nach christus bis circa vor 100 jahren die epoche der zeitgeschichte dauert seit circa 100 jahren an drei zeitrechnungen laut dem jüdischen kalender wurde die welt im vierten jahrtausend vor christus im jahr 3761 vor christus von gott erschaffen diesem jahr beginnt die jüdische zeitrechnung die geburt von jesus christus in betlehem wird in der christlichen zeitrechnung mit dem jahr eins angesetzt mit diesem jahr beginnt die christliche zeitrechnung im siebten jahrhundert nach christus 622 beginnt im heutigen saudi arabien mit übersiedlung des propheten mohammeds vom mekka nach medina die islamische zeitrechnung die ersten menschenarten vor etwa zwei millionen jahren entstand in afrika das sogenannte homo erectus der aufgerichtete mensch vor ungefähr 300.000 jahren entwickelte sich in afrika der moderne mensch der sogenannte homo sapiens aus dem homo erectus circa 30.000 jahre vor christus starb der neandertal aus der sich wieder homo sapiens aus dem homo erectus entwickelt hatte eiszeit und warmzeit circa 10.000 vor christus endete die letzte eiszeit und es fing die momentan noch anhaltende warmzeit an jungsteinzeit und metallzeiten die ersten dauerhaften siedlungen in europa wurden um 8000 vor christus gegründet man spricht davon dass die menschen sesshaft wurden da zu dieser zeit vermehrt werkzeuge und waffen aus geschliffenen steinen verwendet wurden für diese phase als jungsteinzeit das sogenannte neolithikum bezeichnet je nachdem erstmals verwendeten metall werden bronzezeit ältere eisenzeit und jüngere eisenzeit unterschieden man nennt diese metallzeiten die bronzezeit in europa dauerte vom ende des dritten jahrtausends bis anfang des ersten jahrtausends vor christus von circa 2300 vor christus bis circa 800 vor christus bronze hatte gegenüber dem vorher verwendeten kupfer einen entscheidenden vorteil es war härter die ältere eisenzeit die sogenannte hallstadt zeit dauerte in europa von anfang bis zum mitte des ersten jahrtausends vor christus circa also 800 vor christus bis 400 vor christus diese zeit wird nach einem der wichtigsten orte dieser zeit hallstadt zeit genannt die jüngere eisenzeit dauerte von der zweiten hälfte des ersten jahrtausends vor christus circa 400 vor christus bis ungefähr christi geburt diese zeit wird nach einem der wichtigsten orte dieser zeit latinie zeit genannt die ersten hochkulturen um die zeit um 3000 vor christus also vor etwa 5000 jahren entstanden in ägypten am nil und in mesopotamien an den flüssen euphrat und higris das ist das gebiet des heutigen irak die ersten hochkulturen und damit die phase des altertums das rom des altertums rom wurde der sage nach 753 vor christus im 8 jahrhundert vor christus gegründet tatsächlich dürften die sieben hügel roms am fluss tiber schon um das jahrtausend vor christus besiedelt worden sein die entdeckung amerikas der erste europäer der amerika nach dem wikingen um das jahrtausend nach christus wieder entdeckte war christoph kolumbus im jahr 1492 der erste mann auf dem mond ein besonders bekanntes ereignis der zeitgeschichte nil armstrong betrat als erster mensch im jahr 1969 den mond vielen dank für deine aufmerksamkeit und im nächsten video geht es dann um die einführung in die geschichte und ihre quellen bis zum nächsten mal